Tür rechts, schau mal kurz hier durch. Du kannst hier einfach durch Schallwinzer gucken. Ja, aber wenn nicht jemand hinter der Tür steht. Ich höre, hier drinnen habe ich gerade Stimmen gehört. Schau nochmal ganz kurz. Tür geht irgendwo auf. Lass mich vor, lass mich vor. Oh, Magazin ist leer. Ich häng irgendwo fest. Ich hab ihn. F***. Bleib gleich da, wir gehen am besten durch den Raum hier rechts rein. Hinter dir. Tür rechts geschlossen. So, die Tür. Und frei. Schlossene Türen, links sehe ich nichts. Ich höre, du bitte lang die Tür. Ich gehe mal hier um die Ecke. Tür geschlossen. Frei. Da sind wir gerade hergekommen. Offenes Klo rechts. Und ein Gang links, wo ich nichts sehe. Schau mal hier auf. Bleibst du sehr, wie lange ich gehe ins Klo. Jo. Zwei. Hä? Turn around, keep your hands up. Don't move, stay put. Please, let me go. People need help. We need to talk. Civilian good to go for evac. Talk to entry team. Find uns, ist die Tür zu? Ja, das ist Treppenhaus. Machen wir das Klo hier hinten noch. Äh, Klo ist leer. Okay, ähm, hier rechts war weibliche Spinne. Wir würden in dem Zimmer rumsitzen. Was ist das? Was ist das? Hast du grad die Lady erschossen? Die hat... Die hat ein Gewehr. Was ist das mit ihr? Hast du nicht meinen Armband gesehen? Was ist das mit ihr? Hast du nicht meinen Armband gesehen? Ja, aber muss ich ja sagen, da war ich grad eben schon schovinütlich und hab gedacht, ja, ist ne Frau, die war's nicht. Ja, das dachte ich mir auch, Klo. Immer draufhalten. Stay here. Do not get in our way. Weiber! Da musst du dich zuschlagen. Da war ich in die Ecke geschossen. Entity team to talk. Civilian Captain, prep for you back. Talk to Entity team. Roger that. Trailer is on route. Ähm... Hörst du's von rechts? Stimme ist rechts, links ist auch noch ein Gang. Ja, das ist zu der einen Hauptteile. Ah. Bleibst du lang? Ich guck nach rechts. Jo. Police, get down! Waffe! Habe jetzt! Das ist, glaub ich, die Schwester von der Lady von vorne. Hat's verdient. Ja. 10%. Bleibst du lang? Jo. Weil die Hunde waren, muss ich mir einsammeln. Als bestätigten Kill. Element to talk. We have a dead suspect here. Talk to Entity. Ja, das ist tatsächlich die Zöllingsschwester von Deiner und Tante gewesen. Na ja, eine für jeden. Na. Ähm... Offene Tür rechts. Ja, da sind wir gerade hergekommen. So. Wie du siehst, ich habe den Plan voll studiert. Ja. Guter Mann. Hier unten kenne ich mich perfekt aus, weil ich die schon tausend Mal gespielt habe, weil ich die nicht so offen geschafft habe. Und das ist die dritte Schwester von denen. Und das ist die dritte Schwester von denen. Alter, die Trillinge hat das Gefühl. Meine Trio. Roger that. Medical Assistance is standing by. Ich habe sogar ein Ei gedrillingen. Das ist gar nicht so... Feinlich glaube ich. Hier ist die Hauptrolle. Eingangshalle. Hier liegt nämlich schon einer. Ich gehe kurz noch eine Runde und komme von hinten von der Tür wieder rein. Ja. Ja. Von deiner linken Seite jetzt genau da. Ja. Ja. Wer noch? Überraschung. So. Gehen wir jetzt hier links hoch oder wieder hinten mit dem kleinen Kinkrad? Ja. Das gleiche hier hoch gehen. Hier liegt die andere Schwester. In der Tür, die auf der Tür mit dem haben. Das wird mit dem Türen. Ich habe mich in dem Türen. Hier liegt den Türen. Einmal das Fisch vor dem Türen. Das ist richtig. Hier, da seh ich nicht viel. Hältst du die Tür hier lang im Auge? Ich geh mal hin und peile rum. Tür geschlossen, sehr gut. Du überläufst mich, guck mal durch die Tür durch. Ich hab auf jeden Fall was gehört, mal rechts. Hier ist ein Ronny drin, der geht jetzt links durch eine offene Tür durch. Dann kommt da, wenn er nochmal links geht, bei mir theoretisch an. Ah ne, sorry, er ist rechts durch die Tür gegangen, mein ich. Also noch tiefer rein. Hinten die Tür doch. Ich hör auf zu schreien, ey. Tür links offen. So rechts ist der Aufgang vom Ziegenpfad. Und links geht's in dieser Haupthalle, wo die Bombe liegt, Tür geschlossen. Guckst du mal kurz in das Treppenhaus rein, oder? Ne, hinter sind meine. Mit Waffe ein bisschen. Kein Treppenhaus hier. Da sind Betten drinne. Ach hier, da, ne, da hast du recht. Tür links zu, Tür rechts zu. Gerade durch sehe ich niemanden, ne? Warte, 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 da war gar was. Warte mal. Kontakt, Kontakt kommt zu uns. Kontakt links, hinten links. Hier ist es am Rüchten. Das ist ein verrückter Bongo hier vor uns. Der kann ja nur dann in dem Raum sein, aber nicht. Ja, aber der kann hinten rumgehen, wo dann der Durchgang zu dem nächsten Bereich ist. Der kann auch von rechts dann kommen. Warten wir kurz. Ja. Ich habe auch nur wild durch den Monitor geschlossen. Ich habe nicht gesehen, ob ich ihn getroffen habe. Das kann auch sein. Du kannst mal hier rechts gehen, da ist ein Spielzimmer. Und da ist eine Tür in den Gang, ein Fenster in den Gang rein. Ich sehe nichts im Gang. Ja, dann mach mal bitte links. Genau, links von mir. Ich sehe niemanden. Dann geh mal rein am besten. Ich folge. Ja, öffnen links, da waren wir schon. Ja. Ja, dann geh mal rein. Ja, dann geh mal rein. Ja, dann geh mal rein. Ich bin bei dir auf drei. Ja, dann geh mal rein. Ja, dann geh weg den Gang. Da, genau, rechts den Gang, bitte. Okay. Okay. Er ist nicht da. Dieses Arschloch was wir hier liegen lassen haben hat eine Waffe gezogen hinter mir. Das dumme Schwein. Ich habe mich gerade gefragt wo er her dann? Was er für eine Rolle gespielt? Wo ist er denn hin der andere Affe? Der kann eigentlich nur ganz der Garant sein und in den nächsten Flügel. Okay. Na gut. Ja. Gut Elke. Multitool um Bomben zu entscheiden. Dann wie ein Beknackter der einfach drinnen rumschneiden. Okay. Okay. Die Türen habe ich zugemacht. Die haben mich zu Tode erschreckt. Ja. Ja. Kann man. Kann man so sagen. Links geschlossen. Ich bin tot. Ich weiß auch nicht das so das war. Nee war auch nicht zum Glück. Links von dir, links von dir, links. Er ist gerade links weggegelaufen. Da hinten durch oder? Da hinten, da hinten, da hinten, da hinten. Jetzt sind wir da rechts lang gelaufen. Sicherst du, dann schau ich rechts lang. Ja. Ich glaube, ich habe ihn noch mit dem, ich habe ihn nicht, jetzt habe ich ihn. Bleib kurz da. Kontakt, Treppenholt, tot. Ich mache jetzt dieses verfickte Treppenholt zu. Ich habe hier noch mehr. Ich habe den T.V. Ich habe den T.V. Ich habe den T.V. Ich habe den T.V. 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 Gehst du nach rechts, ich gehe nach links. Jo. Und los. Hier ist eine Geilbe. Ich bin im Labor. Ich habe viele offene Türen bei mir. Ja, komm zurück. Ich nehme dir. Hier ist eine Geilbe drin, ich ignoriere die jetzt erstmal. Ich bin ein Arzt. Ich bin ein Arzt. ich habe nichts mit dem alles. Ist das wirklich ein Arzt zu sein? Na ja. Ich bin nicht auf jeden Fall. let me help, diese Leute zu reden. Billion is good to go. Kompliant. Talk to entry team. Roger that. Trailer is incoming. Proceed with caution. Steig your hands up! Was ist das? Irgendwo rechts am Glas könnte anders sein. . . . . . . , so ungefähr ja get down on your knees ja hier ist das Treppenhaus Stimme von rechts das kann doch der Typ sein den du schon gefettelt hast ne die halten meist die Schnauze eigentlich meistens ne hier drinnen irgendwo hier ist doch ja, ich gehe hier rein hier ist doch ja, ich gehe hier rein hier ist doch mit uns rechts von mir kam die Stimme her du, ich du warte ich kann aber kurz hier unterstehen oder ich kann dich nicht oh echt das war er noch ey so schnell hätte ich nicht reagieren können Entry Team to talk Entry Team to talk Suspect is down talk to Entry Team roger that continue with your mission Mensch Mike, muss ich lieber ins Gesicht schießen ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht typisch dafür den schwarzen ich weiß nicht was ist das wie sieht denn eigentlich aus alle hatten Kitte auf jeden Fall und kein Gesicht jeder beknackte Patient hier ja ja die Tür da hinten habe ich gerade zugemacht die Tür da habe ich gerade zugemacht die da voll die die j Swedish die warte c die die Links. Links. Ja. es ist sehr viel verdammt damit aber ich sehe niemanden ich höre nur links den typen sicher rechts öffne Tür Tür offen rechts auf 1 Uhr ungekehrt aber Das ist der Tür, der muss selber. Geisel, im Weg. Hab ihn. Sehen wir zwar noch ne Stimme? Ja. Ja, ja. Steht noch. Hab ihn. Ach, sonst fehlt auch ne Bombe. Habe ich die Bombe vergessen? Die Wuppen könnte sein, ja. Ja, scheinbar haben wir eine vergessen. Das ist schlecht. Aber hier gibt's doch keinen Thermor, oder? Doch. Hat er eben gesagt. Äh, Herrald, dann, äh... Spurschleifen, ziehe ich dir. Wuppen soll's? Ach, wir haben ordentlich entfernt. Ich schüttel's denn hoch. Oder ich schüttel's zu hoch. Ich spiel' geile Internet. Wenn ich sie finde, die Bombe. Wann die ganz oben? Ja, die müssen... Ganz oben... Ähm... We're not here for you. Bevor wir ins Treppenhaus reinkommen. Also nach dem Treppenhaus reinkommen. Also nach dem Treppenhaus reinkommen. Also nach dem Treppenhaus reinkommen. Das ist Talk. Die beim Spielkummer hab ich ja entschärft. Notifying Trailers. Keine Chance haben wir vergessen. Scheiße. Hehehehe. Oh, ich hasse mich. Stopp. Das ist das erste Mal, dass ich diese Kack-Mission geschafft hab. Hochi! Wagelet.